Hey Leute, alles auf euch? Ich hoffe schon. Ich bin gerade im Bus und die neuen Büsse finde ich einfach so super. Sie sind sehr rollstuhlgerecht, sind für Rollstühle ideal gemacht. Schau mal, so schauen die Klappen aus. Das heißt, dass jeder die Klappe öffnen kann und nicht nur mit so einer komischen Stange. Da finde ich zuerst einmal die Nummer 1 sehr gut. Und zweitens, da ein wunderschöner Knopf mit Rollstuhl. Und ja, was hat man da gerade gesehen? Auf dem Ding ist ein Gurt für Rollstuhlfahrer. Zum fixieren, dass man nicht so schnell runterrutscht. Und ich finde das sehr gut in der neuen Büsse. Eine sehr gute Konstruktion. Das muss ich echt sagen, für Rollstuhlfahrer sind die Büsse ideal. Ja, wenn euch das gefällt, gebt mit einem Daumen hoch und abonniert mich bitte. Danke.